Na, wer lugt denn da so keck hinter dem Baum hervor? Genau, ein Sylter Puk, ein Hausgeist. Diese freundlichen Wesen und noch einige andere Sylter-Sagen-Gestalten wie der Zwergenkönig Finn, die treue Ose Ecke-Necke-Penn und das Geisterschiff können ab sofort im Wäldchen hinter dem Campingplatz in Wenningstedt entdeckt werden. Dort entstand in den letzten Wochen der Sylter-Sagenwald. Der sagenhafte Pfad ist rund 300 Meter lang an insgesamt zehn Spielstationen, können Kids nach Herzenslust spielen und toben und werden ganz nebenbei in die insulare, geheimnisvolle Sagenwelt eingeführt. Das sagenhafte Spielprojekt in Wenningstedt wurde durch Spender, Sponsoren und durch Unterstützer finanziert.